Wenn das Ray Tomlinson gewusst hätte. Ray Tomlinson? Ray Tomlinson ist derjenige, der 1971 zum ersten Mal eine E-Mail versendet hat. So heißt es. Er gilt als einer der Erfinder der E-Mails. Und heute? Heute werden täglich 300 Milliarden Mails. Ja, 300 Milliarden. Mails versendet und empfangen. Täglich. Und du bist da auch mit Schuld dran. Hier mal so ein ganz kleiner Auszug aus einem E-Mail-Verkehr. Der Erste schickt ein Mail, weil er sich freut, dass es einen Projektauftrag gibt. Die Zweite antwortet drauf, freut sich mit ihm. Der Dritte natürlich auch. Okay, er vergisst die Zweite mit in den Empfängerkreis aufzunehmen. Und dann geht das Ganze so hin und her. Ein Mail-Verkehr, wie wahrscheinlich auch du ihn tagtäglich siehst, wie auch du das kennst. Doch was können wir dagegen tun? Wie können wir unsere E-Mails wirklich eindämmen? Wie können wir unsere E-Mails etwas besser verteilen, ohne immer weiterzuleiten, ohne eine Antwort auf die weitergeleitete E-Mail zu bekommen, den Empfängerkreis vielleicht immer wieder größer zu machen oder eben auch kleiner, weil wir hier und da wieder mal vergessen, jemanden mit in den Empfänger aufzunehmen. Ganz einfach, dafür gibt es Microsoft Teams. Nun ist es aber so, dass wir nicht alles in Microsoft Teams machen können. Aber was wir können ist, wir können die Welt der E-Mails mit der Welt von Teams verknüpfen und dadurch eine Menge weiterer E-Mails, die sonst gar nicht entstanden wären, verhindern. Genau darum geht es in diesem Video und wir zeigen dir, wie du die E-Mails, die du vielleicht als Single Point of Contact von draußen bekommst, in dein Team hineinfügst, ohne es großartig kopieren und einfügen zu müssen. Also, viel Spaß beim Video. Wir sehen hier die Teams-Ansicht unserer Mitarbeiterin Cecilia. Cecilia ist Mitglied im Team Projekte, und zwar hier im Teambereich Marketing. Wir empfehlen grundsätzlich Teams ja anzulegen nach der Gruppe, nach der Zubehörigkeit. Das heißt, wer darf da eigentlich was sehen? Und bei uns ist das so, dass wir hier in diesem Fall eine Marketinggruppe haben, die Projekte gemeinsam erarbeitet. Deswegen haben wir ein Team, in dem wir verschiedene Marketingprojekte bearbeiten, die dann entsprechend in Kanäle aufgeteilt wird. Wie man das machen kann, nicht muss, das ist immer nur eine Empfehlung, das erklären wir noch in einem anderen Video. Heute geht es ja darum, dass wir Informationen, die wir per Mail zugesendet bekommen haben, sehr schnell und effizient auch unseren anderen Teammitgliedern zur Verfügung stellen. Wir sehen hier auf der rechten Seite nochmal so eine kleine Unterhaltung, so wie das so im Team auch stattfindet. Wir haben eben schon in der Einleitung gesehen, wie das dann eben per Mail aussieht. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man entsprechend das Mail, was angekommen ist, den anderen Teammitgliedern zur Verfügung stellt. Schauen wir uns das mal an. Zum einen haben wir hier den Posteingang von Cecilia. Cecilia und Cecilia hat zwei Mails bekommen von extern, einmal ein Projektupdate mit einer Anlage und nochmal eine kurze Information. Nun ist es so, dass jedes Team eine eigene E-Mail-Adresse hat, an die auch, wenn aktiviert, von draußen Mails gesendet werden können. Die bekommt dann jedes Mitglied im Team automatisch auch zu sehen, weil ja der Zugriff über dieses Postfach möglich ist. Das Problem dabei ist, dass, wenn wir uns jetzt hier den Posteingang schauen, nicht jede Gruppe automatisch auch in Outlook angezeigt wird. Das liegt ein bisschen daran, wie Gruppen entstehen. Auch dazu haben wir noch ein eigenes Video. Und deswegen ist der Weg zwar ein guter, aber man muss dann wirklich darauf achten, dass auch diese Gruppen im Posteingang zu sehen sind. Sonst wird es schwer für die Teammitglieder zu finden. Schauen wir uns also die beiden anderen Wege an, die es noch gibt. Schauen wir uns die Mail an, die Cecilia bekommen hat. Da ist einmal der Text und hier oben ist auch noch eine Anlage dabei. Was Cecilia jetzt machen kann, ist einmal der Weg von Teams zu Outlook bzw. über Teams. Dazu geht sie in Teams hinein, sucht sich den entsprechenden Kanal und klickt hier auf die drei Punkte. Wie man jetzt sieht, kann man hier eine E-Mail-Adresse abrufen. Da klicken wir drauf und es dauert ganz klein bisschen beim ersten Mal. Es wird eine E-Mail-Adresse generiert. Jetzt sehen wir hier wird eine E-Mail-Adresse generiert mit so einer ID plus ms365.academy.ch.teams.ms. Das können wir so wie es ist kopieren. Und dann kann Cecilia in ihren Eingang gehen und hier auf Weiterleiten klicken. Ganz einfach die E-Mail-Adresse hinein kopieren. Vielleicht, wenn sie möchte, hier noch ein bisschen aufräumen. Das würde ich persönlich drin lassen, damit man immer sieht, wann das angekommen ist und von wem das gekommen ist. Und dann kann sie das einfach senden. Wenn sie das gesendet hat, dann taucht kurze Zeit später in Teams dieses Mail auf. Da sehen wir schon, da ist es angekommen. Hier sehen wir, Cecilia hat dieses per Mail an das Team geschickt. Hier ist die Überschrift vom Team. Hier ist das, was wir drin gelassen hatten bei der Weiterleitung. Und hier sind die ganzen Informationen. Wichtig ist, dass es jetzt auch hier die Datei gibt. Das heißt, die Anlage ist mitgeschickt worden. Diese Datei finden wir später hier unter Dateien. Und dann gibt es hier die sogenannten E-Mail-Messages pro Monat, pro Jahr. Werden diese Ordner angelegt. Und da befindet sich dann der Anhang drin. Plus einmal das Mail noch im EML-Format. Gehen wir zurück zum Beitrag. Wir sehen jetzt hier, nachdem wir es gelesen haben, schrumpft es so ein bisschen zusammen. Das heißt, wenn ich den Inhalt nochmal sehen möchte, muss ich hier auf mehr anzeigen klicken. Und kann auch wieder weniger anzeigen. Das ist der erste Weg. Das Schöne ist, wenn ich das Mail jetzt nochmal weiterleiten möchte, dann kann ich hier oben einfach den Projektnamen eingeben. Und dann siehst du schon, hat sich Outlook ja im Speicher, im temporären Speicher gemerkt, welches Postfach das ist. Und ich muss es nicht jedes Mal neu rauskopieren. Allerdings verschwindet das dann auch, je nachdem, wenn der Cache gelöscht worden ist. Das ist der eine Weg, den man gehen kann. Der zweite Weg ist, wenn man auf ein weiteres Mail klickt und das Ganze aus Outlook heraus startet. Das bedeutet, ich kann hier, wenn ich in Outlook bin, sehe ich noch eine kleine Ergänzung ist gekommen mit dem Text, kann ich hier in dieser Mail auf die drei Punkte klicken, kann hier unten klicken, Share to Teams. Dann kommt ein Dialogfenster auf, in dem ich erst einmal wählen muss, an wen dieses Mail geschickt werden soll. Du siehst jetzt auch hier ist schon der zuletzt verwendete Speicherort angegeben, weil ich da schon mal ein Mail hingeschickt habe. Wenn ich etwas anderes suche, kann ich hier einfach gehen auf Projekte und dann sehe ich hier zum Beispiel den Kanal General oder hier eben, das war auch in einem Chat. Das heißt, ich kann sowohl an Chats schicken, als auch an Kanal. Also machen wir hier nochmal Cassiopeia. Da ist es. Geben das ein. Dann wird es gesendet an das Team Projekte Marketing CMPS Cassiopeia. Hier kann ich weiterhin eine Nachricht noch hinzufügen und dann klicke ich hier unten auf Teilen. Und dieses Mail wird automatisch an Teams gesendet. Der Vorteil dieser Mails in Teams liegt natürlich daran, dass wir jetzt hier wie bei einem normalen Beitrag darüber diskutieren können. Das bedeutet, wir können jetzt über dieses Mail sprechen, über diese Information und müssen uns nicht weiter E-Mails hin und her schicken. Ja, ist gar nicht so schwer, oder? Und hilft ungemein. Hilft ungemein, dass nicht so viele Datensilos entstehen, dass Informationen an die Leute kommen, die sie brauchen, zu der Zeit, wo sie sie brauchen. Das bedeutet, wir haben eine E-Mail und haben sie jetzt an einem Fleck, wo wir drüber reden können, ohne weitere E-Mails zu erzeugen. Und das Schöne daran, es trifft direkt die richtigen Leute. Jetzt verrat mir noch, machst du das schon? Macht ihr das schon so? Oder seid ihr noch sehr viel auf dem Mail, Mail-Antwort, Antwort auf die Antwort und Antwort auf die Antwort, Antwort-Mail-Trip? Hinterlasst doch mal einen Kommentar, würde mich interessieren, wie ihr das so macht und ob ihr diese Funktionalität, diese Möglichkeit bereits nutzt. Also, bis zum nächsten Tipp. Bis dann. Ciao, ciao.